Deutschland ist ja auch direkt bei Basel so dran und ist aber schon anders. Also ich finde andere Mentalität, anderer Humor viel schneller. Also ich finde, ich fand am Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach und das vermisse ich schon. Also manchmal so halt so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben, aber ich mache das eigentlich auch total gern, ist wichtig, aber irgendwie ist es so, da habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen. Chor habe ich früher viel gesungen. Der Fjör, du, ich habe ja mal eine Hypnose gelernt. In Norwegen. Dadurch brauchst du den Ort des Begehrens gar nicht zu suchen, denn er hat mir glaube ich Erfahrung gemacht. Ich weiß noch, das war in Norwegen. Da stand ich vor meinem Verstorbenen. Da saß ich und dann bin ich geflogen. Das Licht am Ende des Tunnels. Und ganz leicht und hoch fliegen. Da ist alles. Und immer schneller, immer schneller. Ich war ganz leicht. Ich bin streifende Farben und Form und ich wusste ganz genau. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.